Hallo und herzlich willkommen zurück zu Worms Forged Son of Siege. Das Königreich ist geboren. Es ist geraume Zeit vergangen, seit Arthur König geworden ist und in dieser Zeit wurden viele Schlachten geführt und gewonnen. Doch jetzt muss das Herz der schönen Jungfer Gwynivere errungen werden. Der König wird bestimmt einen gut aussehenden Bräutigam abgeben, egal wie schön die Dame auch ist. Doch leider liegt unserer Dame mehr an. Nun, sagen wir mal den materiellen Dingen des Lebens. Sie will ein wirklich ungeheuer großes Haus haben. Wie sieht es mit den Mauerkünsten aus? Maurer, Maurerkünsten, nicht Mauer. Maurerkünsten natürlich. Ja, ich bin gespannt. Los geht's. Arthur hat versucht eine Burg zu bauen. Oh scheiße, die Mission kenne ich. Die ist glaube ich fies. Die Burg brach auseinander. Also gab er auf und bat Merlin, ihm zu helfen. Er kennt auch bestimmt ein paar Zaubertricks und ein bisschen Wischiwaschi und Hexhex und Enemina Mai und dann wird das doch schon. Hm, wo soll die Burg gebaut werden? Ach, mit Burg ist auch wirklich eine Burg gemeint. Merlin hat offenbar die ideale Stelle gefunden. Ja, hier in der Mitte. Ja, einleuchtend, ne? Hier ist der beste Ort zum Bauen. Nicht weit zu den Geschäften. Klar. Hier sind nur Bücher. Sorry. Und mit einer herrlichen Aussicht über die Bibliothek. Sorry, bei dem Witz kam es mir gerade ein bisschen hoch. Aber woher werden Sie wissen, was Sie bauen können? Keine Ahnung. Nun, ganz einfach. Merlin wird die Gebäude liefern. Ja, ich sag ja, Ene Miene Mai und dann gib ihm ein bisschen Hexhex, die Sie gerade benötigen. Erobern Sie außerdem mindestens drei Orte des Sieges. Ja gut, ist ja für eine Burg notwendig, ne? Macht Sinn. Dann wird es garantiert ein fabelhaftes Camelot werden. Camelot? Hm. Schauen Sie! Was ge-ge-geächtete. Wir können lärmende Nachbarn nicht gebrauchen. Ach, die müssen wir beseitigen. Auch um die müssen Sie sich kümmern. Das kriegen wir hin, ne? Ja, ja, doch, doch. Ich bin ein bisschen angeschlagen wegen der letzten Folge, aber das geht. Bereit? Dann mal los! Wie er sich wegbeamt und nichts damit zu tun haben will. Moin! Oh, dieser Screen sagt mir was. Ihre Ziele erobern Sie mindestens drei Orte des Sieges. Erbauen Sie Camelot nach Merlons Plänen. Ich muss nicht überleben. Sehe ich das richtig? Toll. Ich bin alleine. Sehe ich das richtig? Nein, okay, da vorne ist mein Team. Aber warum starte ich denn bitte hier? Hä, wie asozial ist das denn bitte? Er ist ja schon dezent fies hier zum Anfang, ne? Muss man ja mal ganz klar sagen. Also sorry. Aber ich stelle mit dieser Mission nicht ganz so schwer vor. Was? Keine Spitterwerfer? Wieso das denn nicht? Das ist doch schon dezent fies, ne? Ich schieße jetzt einfach mal. Na toll. Enemy 2-3. Enemy 2-2. Enemy 2-1. Die Namen sind super gelungen. Warum hat man nicht das zumindest noch übersetzt? Das hätte ich mir echt gewünscht. Schade eigentlich. Aber ich habe nur einen Gegner vor mir. Der ne Burg hat das sicher jetzt erst. Aber ich glaube ansonsten... Da vorne ist noch einer auf der Schriftrolle. Da ist noch einer. Der hat fünf? Der hat mehr wie vier Würmer. Sechs? Bitte was? Der ist ein richtig harter Cheater. Trifft er denn auch? Ich blute! Jein. Einigermaßen. Er hält sich in Grenzen. Würde ich behaupten. Die Experten machen sich bereit. Machen sie sich bereit. Ja, die Experten. Ähm. Auf in die Schacht! Jo. Hallo? Manchmal funktioniert das nicht mit der SD. Ja, ja. Die gute alte Steuerung mit WRSD. Ähm. Was? Ähm. Ähm. Hab. Ähm. Äh. Was? Ihr habt das gerade auch gesehen, ne? Der Bergfried ist auch von meiner Nase verschwunden. Ähm. Okay. Ja. Hä? Jetzt will das Spiel mich schon betrügen. Mit unfairen Mitteln. Yes, Sir. Dankeschön. Und der ist weg. Mir wurde quasi ein kompletter Zug geklaut. Durch einen Bug. Ja. Wie unfair ist das denn, bitte? Das hab ich ja noch nie erlebt. Oder gehört das dazu? Das sieht aus wie eine Karte zum Bau von Camelot. Ich hätte jetzt nicht mit einer Sequenz gerechnet, um ehrlich zu sein. Was hat das denn jetzt auszusagen? Auf in die Schacht! War das jetzt gerade gewollt? Ich meine... Mir, mir, mir... Ich meine scheiß drauf. Ich hab unendlich viele Bergfriede, aber... So, macht man das. Ne, das ist nicht normal. So leid es mir tut. Das ist nicht normal. Und ich krieg den Bau auch nicht zurück. Ja, guter Schuss. Aber warum kann ich denn da nicht bauen? Als nächstes stürzt das Spiel ab. Ich seh schon. Ist das gewollt? Ich meine, wenn das Spiel... ...nicht will, dass ich da baue, warum geht es denn dann? So, you know? Ich meine, gut, ich kann auch erst auf dem Ort des Sieges bauen. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich ja eben nicht. Ich baue jetzt hinter der Festung. Verschwillet die jetzt auch wieder? Hä? Was denn jetzt falsch? Was, hab ich gerade richtig gesehen? Ich konnte auf dem Ort des Sieges bauen. Also, dann bin ich auch einfach nur selten dämlich. Sorry. Dann bin ich echt dumm. Sorry, dass ich das nicht geblickt habe. Aber ich müsste doch trotzdem... Oder nicht? Wie jetzt hier alle schon auf dem Turm sind. Ja, wo ich... Ja, geil! Das nenn ich mal einen Treffer. Minion. 92, immerhin! Ich meine, ich muss ihn ja eh loswerden, ne? Also, von daher... Aber das hat... Ich würde halt echt mal interessieren, ob das ein Bug ist. Wahrscheinlich aber nicht, ne, oder? Aber dass der einfach verschwindet... Ich dachte im ersten Augenblick, ich seh nicht richtig. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, ob das normal ist. Oder ob ich einfach nur gerade... Weiß ich nicht. Der bleibt. Das Spiel will... Dass ich ausschließlich... Naja, das Spiel will, dass ich ausschließlich auf Orten des Sieges baue. Gut. Kann ich verstehen. War ja in der Story, ne? Also, wurde das ja auch so erklärt. Ja, ein relativ guter... Nein, wohl eigentlich nicht. Oha! Ja! Zwei... Zwei Züge wurden jetzt halt verschwendet. Ne, drei. Drei sogar. Aber dass er hier einmal mal sechs Würmer hat... Naja, das ist ja auch ne miese... Ist ja auch ne... Ist ja auch ein Verrat hier. Ne, weiter. Wenn er sechs ist, dann ist er da hinten sogar sieben. Hä? Hat er sich gerade selbst abgeschossen? Der ist ja ganz schlau. Ja, ne, mach ruhig weiter. Danke! Von Horst. Ne, aber wo soll ich denn jetzt... Wo soll ich denn jetzt bitte bauen? Würde mich mal interessieren. Ich meine... Ich kann jetzt ne... Nee, kann ich nicht. Verschwindet die jetzt wieder? Sag mal! Ist doch nicht... Hä? Wo soll ich denn bauen? Hier ist doch nix! Da oben ist ne Fackel. Also... Oder muss ich jetzt erst mein Gegner loswerden? Ich verstehe diese Mission nicht. Die ist gruselig. Jawohl! Ah, das war schon wieder zu fest, ne? Ja... Nein! Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Nee, aber ich weiß jetzt leider absolut nicht, wo ich jetzt bauen soll. Da hinten sind aber mal zwei... Ähm... Gesundheitsboxen. Wie heißen die Dinger nochmal? Kisten. Gesundheitskisten. You know what I mean. Aber hier oben ist auch kein Ort des Sieges mehr oder so. Eigentlich müsste ich ja jetzt laut Spiel meine Burg bauen. Aber ich hab drei Orte des Sieges und kann keine bauen. Vielleicht muss ich erst den Gegner ausschalten. Das kann gut sein. Aber trotz alledem würde mich dann mal interessieren. Achso, das ist ja... Vor allen Dingen... Das Gebäude... Verschwindet einfach. Kein... Keine Magie. Keine Erklärung. Kein Puff. Kein... Weiß ich nicht. Wie soll ich das erklären? Ja. Das war sehr knapp. Ja. Wenn ich mich in die Wanne lege und das Wasser ist grün, sieht das genau so aus. Ihnen wehtun. Ja, das will ich, aber... Ich hier vorne mit meinem Türmchen, das ist leider... Wollte ich, dass nicht mal eine Erklärung erfolgt? Oder kann ich von... Warte mal. Ich kann da oben bauen. Bin ich gut oder was? Ach, die bleibt jetzt auf einmal. Ähm. Boah, Alter, war das gerade close. Aber warum? Warum denn jetzt auf einmal? Warum? Ich verstehe das nicht. Stehe mir jetzt im... Nein, kann ich nicht. 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 So. Ja, ist ja gut. Nicht so viel Power. Ich bin ja jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, moin. Geil. So macht man das. Obwohl, war jetzt nicht der beste Treffer, ne? Obwohl, 62. Wieder da. 59. So wie ein Schwanz aus dem Mund, Alter. Jawohl, das würde sich anders anhören. Oh, oh, oh. Ja, jetzt guckst du doof aus der Wäsche, ne? Aber warum konnte ich denn jetzt da auf einmal bauen? Ich meine, warum? Hier ist doch nichts. Ich finde auch sehr schön, wie die Verbindung hier entsteht. Da unten. Unter dem Buch. Oder hätte da jetzt die Burg hingesollt? Nee, hingesollt vor allem. Hingemusst. Aber ich kann ja keine bauen. Ich habe drei Orte des Sieges und habe keine. Ich habe keine Burg. Vielleicht erhalte ich eine, wenn ich seine zerstöre und dann erscheint die hier als Kiste. Das kann natürlich gut sein. Habe ich vor. So, ich beeile mich noch ein bisschen. Weil Zeitdruck ist schon ziemlich da und so. Ich weiß ganz tolles Deutsch. So, ich kann hier nicht bauen. Das macht gar nichts. Nee, ich mache diesmal nicht ganz so hoch. Und auch nicht so viel Power. Oh, ja, 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 geil! Rein in die Olga! Er läuft, 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 läuft. Kann mich nicht beschweren. Aber ich weiß halt nicht, zu was das jetzt führt. Ich meine, wenn er besiegt ist, ist er besiegt, schön und gut. Ich habe trotzdem keine Burg. Und ich habe auch trotzdem überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo die hin soll. Am Ende baue ich die, habe nur eine und dann verschwindet sie. Weil ich nicht wusste, wohin. Und dann ist er halt weg. Weil, ne, und so, keine Ahnung. Ich traue dem Spiel alles zu. Ja, genau, als ob. Was war das denn für ein Schuss? Ich wollte dazwischen noch ein Wort sagen, mir fällt es gerade nicht ein. Aimbot, Aimbot-Schuss. Auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht. Das ist ja nicht zu glauben hier, ey. Schweinerei hier. So, der letzte Masuka-Massaker. Am besten so wie gerade. Na, nicht ganz so hoch? Ja, 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 ja. Ja, geil! 208. Hat aber immer noch 352. Ist leider noch einiges. Es sieht sehr wenig aus, optisch jetzt gerade. Aber es ist noch ein bisschen was. Da bin ich blind. Ist hier irgendwo noch ein Ort des Sieges? Klar, hier die Festung, das sehe ich. Aber da habe ich ja momentan gerade kein Zug mehr drauf. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie wir ihnen... Auf in die Schlacht. Ich probiere jetzt mal einfach mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Bin ich gut oder was? Aber mal aus Interesse. Hä? Warum geht das jetzt auf einmal? Oder war das wirklich ein Bug? Ich bin... ...absolut verwirrt. Ich kann jetzt hier auch mit der Minikanone leider nichts anfangen. Und ich sehe auch leider jetzt gerade die Festung nicht. Die ist hinter dem Turm. Ich gebe mal nur eine 2 ein. Ja, das dachte ich mir. Aber ich habe mit dem Masuka-Massaker eigentlich schon relativ gut getroffen. Dreimal in die Vollen, glaube ich. Also direkt auf die Festung. Mehr kann ich nun wirklich nicht machen. Oder muss ich die Würmchen töten? Warte mal, erobern sie. Mindestens Traute des Sieges erbauen sie. Kämme Leute noch mehr als Plä... Mh, warte mal! Jetzt verstehe ich... Ja, moin! Jetzt habe ich es verstanden. Das ist kein Bug. Ich muss darauf achten, wie... Wie hier... Ja, Moment. Ich bin sofort wieder da. So. Ihr Lieben. Ich habe... ...das System verstanden. Ich war jetzt zwischendurch einmal eben ganz kurz Mittagessen. Hatte sich jetzt einfach so ergeben. Ähm... Auf der Schriftrolle dieser Map... ...steht... ...ein... Ja, eine Planung. Von dem... Wie Camelot erbaut werden soll. Daran müssen wir uns jetzt richten. Ich bin... ...sehr gespannt, um ehrlich zu sein. Ob ich das herausfinde und checke und hasse nicht gesehen. Weil... Ja, warte, da ist die Festung. Also kommt rechts zum Beispiel auch wieder ein... ...Turm hin. Und jetzt sollte der auch nicht mehr verschwinden. Ah. Seht ihr? Ihr seht? Ihr seht? Ja. Also es war wirklich kein Bug. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt oder... ...oder sonst irgendwie was. Also, ähm... Jetzt weiß ich nicht mal eins. Ähm... Ja. Ja. Könnt ihr mal sehen, ne? Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Das war ein schönes Schüsschen. Sch-sch-sch-schüsschen. Hört sich an, als würde ein Hund kacken. Schüsschen. Oh, dazu wird man sich verabschieden. Je nachdem. Gut. Oh Mist, ich habe jetzt überhaupt nicht vor Augen, wie lang die Folge ist. Also, ja. Das könnte sich wieder um eine Stunde handeln. Bin ich sehr gespannt. Das Ding ist, ich muss diese Burg von dem Gegner auf jeden Fall zerstören. Sonst sehe ich nicht, was da hin muss. Bei mir und so. Auf in die Schacht. Hey, ja. Ich nehme mir mal... Le Jetpack. Ich bin einfach mal so frei. Also, hinter und vor der Festung soll ein Turm. So macht man das. Hey. Wer, der verschwindet jetzt. Ne, okay. Wenn ich jetzt eine Balliste hätte, ne. Das wäre natürlich optimal. So. Wind mit einberechnen. Nicht ganz so hoch. Oh, sch-sch-sch-sch-sch. Nein, ey. Das war noch zu hoch? Das war noch zu hoch? Moment mal. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh ne, bitte nicht. Der Sound wiederholt sich. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Jesus. Obwohl, ich bin ehrlich, wenn wir nicht neu anfangen hätten müssen tun, Bien, hätte ich gar nicht so schlimm gefunden. Weil, ähm... Was ist denn jetzt los? Okay. Ähm, weil... Ja, ich hab halt die ersten... Nein, nicht die ersten drei Runden, aber... ...zirka drei Runden... ...verschwendet. Das war ein sehr schöner Schuss von ihm. Leider hat der nicht getroffen. Aber, pfft, was heißt hier leider? Hallo? Bin ja hier nicht, ne? Und so. Also. Wir machen es kurz. Blöhtürmchen. So. Ja, 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 ja. Achso, und dann guck ich schon mal. In die Ecken... ...kommt überall... ...n Bergfried. So wie ich das sehe. Macht aber auch Sinn. Ach, weißt du was? Komm, ich gönne der alten Oma mal ihren Tribut. Boah, sieht die scheiße aus, ey. Sorry. Wow. Ach, so kann man gut die Karte lesen. Das ist, äh... 60, Alter. Tja. Er hat ganz schön viele Würmer, ne? Obwohl, ich sehe Nummer 5 nicht. Obwohl, Nummer 5 ist hier, ne? Und Nummer... ...Nummer 6 ist dann wiederum... Wo war denn 7? Hab ich 7 umgebracht? Hab ich überhaupt schon irgendwie Wurm von ihm und so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Glück gehabt. Glück gehabt. So. Jetzt hab ich die Möglichkeit mal mit nem... Obwohl, mit nem Bergfriedschirm ist gut, ne? Weil wegen, ähm... Ja. Ich hab ja keine Bergfriedschirm. Doch, die Minigun! Die Minikanone! Die Minigun vor allem. Die, ähm... Minikanonen. Obwohl, im Englischen wird sie wahrscheinlich Minigun heißen. So, ich gönne mir hier mal gerade... Das Hallo. Ja, das war jetzt nicht der beste Schuss. Das gebe ich auch noch nicht zu. Aber das passt schon. Tschüss! Bumm. Mach's gut, Kollege. Ich wollte den da jetzt irgendwie weghaben. Ich weiß nicht, was war das denn? Ein Bergfried, ne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. So, was machst du? Ja, okay. Eine Sekunde. Wieso denn das? Feuer! Feuer in flame! But you don't have getroffen. Was heißt denn getroffen? Litter hat! Was heißt getroffen auf Englisch nochmal? I don't know. Bin ich gut oder was? Ja, hält sich in Grenzen. Ach, geil! Na, das ist ja eine tolle Arbeit, Jungs. Das hat einen schönen letzten Schliff gekriegt. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es das jetzt schon war. Arthur! Arthur! Wissen Sie eigentlich, wie spät es schon ist? Wir wollten doch einkaufen gehen. Alter, diese Gespräche, ne? Und diese Frisur. Na, immerhin haben sie die Burg gebaut. Wer ist denn das? Die Prinzessin? Nur die Vorhänge gefallen mir nicht. Und diese Teppiche müssen verschwinden. Typisch, Frau. Den Schmutz kriegt man nur schwer raus. Und was ist mit den Toiletten? Oh, die hat auch echt immer was zu meckern. Ich kann diese schmutzigen Innenausführungen nicht ausstehen. Mecker, mecker, mecker. Oh, nee, nee. Ganz ehrlich, das gucken wir uns heute nicht noch einmal an. Ich finde diese Animation echt ulkig. Aber gut, die Folge ist wahrscheinlich lang genug. Ich dachte, ich müsste den Gegner ausschalten. Ja, das, ähm... Diese Mission hätte viel schneller vonstatten gehen können. Aber gut, hat sich halt nicht ergeben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleib dran. Ciao. Bis zum nächsten Mal.